Kameraequipment ist natürlich sehr schwer, aber mal schauen, ob ich da alles noch dabei habe, was ich für heute für die Show brauche. Das ist der Award zum Busfahrer des Jahres. Ein Hoch auf unserem Busfahrer. Tobi, der geile Busfahrer. Du bist die Kürtehäug, genau stimmt, wenn einer nicht spurt, wir sind nicht aggressiv, bring es zu mir. Bringst ihn hoch ins Büro, ich habe hier oben mein Büro und wie gesagt, beim Einlass Klamotten alle direkt komplett ausziehen. Bargeld abnehmen, mir geben. Schmuck auch, das kriegen wir hin gut. Hast du Handschellen? Handschellen habe ich, Pistole habe ich, Schwert. Fluchtwege sind eingehalten, also ganz kurz, was pfeifst du? Weißt du, hast du nur meine Richtung gehört? Hier gibt es einmal Shirts. Da ist mir Julia drauf. Warum die da sechsmal drauf ist und kein einziges Mal ich, vielleicht frag mich auch. Also, wir müssen gucken, ob das hier richtig läuft. Und heute machen wir den Specialpreis. Kostet eigentlich 20 Euro oder irgendein Quatsch. Das nehmen wir heute mal für 60 Euro. Und das, was übrig bleibt, das stecke ich mir ein. Hey! 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 Nimm mich am Arsch! Das ist Ruhm-Bombenfest, ja. Ist der Soundcheck abgeschlossen? Ich bin hier der Koordinator heute von der Mia Juda Tour in Stuttgart. Sterni, ist der Soundcheck abgeschlossen? Er bitte Antwort. Ja, ist er. Alles klar. Weitermachen. Over. So, der Kaffee nicht rein. Das stimmt, Erik. Ist dein Arsch. Ja, dass sie sich auszieht natürlich. Ja, gute Stimmung. Gute Laune. Gute Stimmung. Und das ist die Halle Rock. Ah, Julian Sommer ist schöner. Ruhm-Bombe noch schöner, oder? Ah, ich wäre wegen dir auch ins Augusteer noch heute gekommen. Die Leute kommen wegen mir. Nicht wegen Mia, Julia. Wegen Ruhm-Bombe kommen die Leute. Ich stehe auf Frau hier. Geil, dann stehst du ja auch auf Julian Sommer. Herbert Grönemeyer wird heute auf jeden Fall da sein. Bruno Mars, könnte auch sein. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart in der heutigen Late Night Show. Ich bin 37. Ich bin 38. Oh, ich hätte gedacht 38. Blatterabriff. Hallo! Happy Party! Hey ihr geilen Menschen da draußen. Hier ist eure Mia, Julia. Wir spielen heute schlechte Manieren in Stuttgart. Die vorletzte Show der ganzen Tour. Also, ich hab Bock auf euch. Verdammt nochmal! Wunderschönen Arbe Stubi! Nanalala-naman, lanan, lanalana-nan, lanan, lanan, lanan-nan, lanan, 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 lanan-nan, lanan-nan-nan, lanan-nan! Ich bin ein Ein Traubkind, auch ist stolz. Ich bin ein Ich bin ein Als Auf jeden Fall ihre Outfits, ja so wie sie einfach ist, so wie sie sich gibt, so ist sie halt wirklich. Super, auch mal geil. Wir waren mehr als überrascht, es war sogar übertroffen. Aus der Schweiz. Extra wegen Mia, ich liebe sie. Und es war einfach der absolute Wahnsinn. BZ, die hat dir gefallen. Also ich bin auch gerne nackig. Ich liebe dich Mia. War richtig geil. Alles, ich möchte ein Kind von Stugi einfach, ja. Nein, die waren einfach brutal laut, kranker Abriss. Auch es hat so geil ausgesehen, wie überall die Hände und dann gesprungen. Absolute Eskalation. Ich will auf jeden Fall wiederkommen, sehr, sehr gerne. Da stehen sogar meine Nippel an dem Gedanken. Du musst weiterarbeiten. Ja! Wir haben Zeitstress. Meine Schwiegerelter meint, ich hab schlechte Manieren. Es ist 5 Uhr morgens und ich krieg auf alle Vieren. Wir haben Zeitstress. Wir haben Zeitstress.